Guten Tag! Dieses Video zeigt, wie Sie Interaktionsmodule in den eigenen Kursraum einbinden. Das Einbinden der Module in den Kursraum mit Hilfe der Funktion Wiederherstellen kann so gemacht werden, dass die gesicherten Dateien in der MBZ-Datei zu den bereits vorhandenen Dateien im Kurs hinzugefügt werden, also mit diesem Kurs verschmelzen. Klicken Sie im Fenster Interaktions auf den Namen der MBZ-Datei des gewünschten Teletandem-Moduls, um die MBZ-Datei herunterzuladen. Klicken Sie auf Ihrer Kursseite im Block Einstellungen unter Kursadministration auf Wiederherstellen. Wählen Sie die heruntergeladene MBZ-Datei aus, entweder über den Button Datei wählen oder am einfachsten mit Drag & Drop laden Sie die Datei hoch und klicken Sie auf den Button Wiederherstellen. Klicken Sie bei der Sicherungsübersicht ganz unten auf Weiter. Auf der nächsten Seite klicken Sie unter In diesem Kurs wiederherstellen auf Weiter, wobei die Option Den gesicherten Kurs mit diesem Kurs verschmelzen ausgewählt sein sollte. Klicken Sie anschließend zweimal unten auf Weiter. Nach der Wiederherstellung klicken Sie auf Weiter, um in Ihren Kursraum zu gelangen. Klicken Sie nun in Ihrem Kursraum rechts oben auf Bearbeiten einschalten. So können Sie jetzt die hinzugefügten Abschnitte oder die hinzugefügten Materialien und Aktivitäten an die gewünschten Stellen verschieben oder nicht benötigte Löschen. Wählen Sie beim Thema Le coin des enseignants Lehrer-Ecke rechts unter Bearbeiten, Thema verbergen aus. Damit wird der Titel und der Hinweistext für die Schüler, Schülerinnen verborgen. Ein paar hilfreiche Hinweise. Sie können das Material des Interaktionsmoduls nicht von vornherein unter einem Thema Ihres Kursraums abspeichern, aber Sie können nach der Wiederherstellung die Materialien und Aktivitäten in ein Thema oder mehrere Themen verschieben. Beim Verschmelzen mit bereits existierenden Materialien und Aktivitäten in Ihrem Kurs werden die Materialien und Aktivitäten der Interaktionsmodule den Themen hinzugefügt. Von Ihnen bereits erstellte Titel der Themen werden dabei nicht verändert und können anschließend angepasst werden. Viel Spaß mit den Interaktionsmodulen! Verschmelzen mit den Interaktionsmodulen und Aktivitäten in Ihrem Kursraums und Aktivitäten in Ihrem Kursraums und Aktivitäten in Ihrem Kursraums und Aktivitäten in Ihrem Kursraums